But if you close you Oh! Close you Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mikrofon Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Vizepiece Infinity Ich habe gerade eben ein wenig rumgeguckt und habe überlegt welches Gerät wir brauchen Warum ist Caps Lock eigentlich an? Applied Nee Da wird der Pumps nochmal geschrieben Applied 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 Energistics Wir brauchen den Nee, den nicht Welcher war denn das jetzt? Nein, der auch nicht Ach, ich wusste noch Ach, hier ist noch der hier Energie Blablub Der ist ja relativ simpel gebaut Gut Ich gehe jetzt erstmal schnell ins Bett Damit wir da auf jeden Fall nicht sterben Ja, das ist schon mal sehr gut Nachdem wir andere Dinge gerade für umsonst gebaut haben Glücklicherweise Müssen wir jetzt den ganzen Scheiß nochmal machen Ist aber so an und für sich nicht schlimm Wir brauchen Das war doch hier Wirf einen geladenen Zertusquart, einen Netan und einen Redstone Das sollte machbar sein Zack Noch geladene Netan? Ah, wir haben noch einen Das Glück ist heute mit uns Ich sage euch Dann brauchen wir Dann brauchen wir Quarzglas Eins, zwei, drei, vier Oh, warte, was haben wir denn da? Schönes Quarzglas Oh, cool Fünf Sand haben wir oben Woops Dann können wir den Bums nämlich oben zusammenbauen Glücklicherweise Und können dann auch schon unseren ersten ME Sachen bauen Also ME Beschleuniger und so eine ganze Kacke Und wenn wir das haben Dann hammert So, eins, eins, zwei, drei, vier Was haben wir hier? Weiße Wolle So, zack, zack, zack Jut, wo ist der Fehler? Ne, das war falsch So Ist doch Zertusquart, Staub Hä? Wo ist denn da jetzt der Fehler? Alter Nein, das ist auch vollständig Ach, ich muss Glas nehmen Da haben wir da Zack Dann eins, zwei, drei, vier Eins Und vier Nice Nice, alter Hätten wir das auch schon mal So Dann schmeißen wir den Bums jetzt Eins, zwei, drei, vier Das würde dann bis hier gehen hier hin Das muss hübsch gemacht werden So, was brauchen wir jetzt für unsere Kristallbeschleuniger? Vier davon Vier davon Vier, acht, zwölf, sechzehn Das heißt, ich brauche Fuck So Na, warte mal, ich denn da So So Sechzehn davon Sechzehn davon Und davon Mal, wir müssen erstmal die ganzen Kristalle laden Ah Was spinnt denn meine Maus jetzt schon wieder rum Ey Ich glaube, ich muss meine neue Kurve Nein, die ist echt langsam durch Die ist durch Ach ja, jetzt muss ich ja nach oben Steppen Hier waren drinnen Zack Gab ja unten keinen Jelurium mehr Dafür aber hier oben noch sehr viel So Ah, Jelurium Da ist Jelurium Perfekt Der pumpt sich wieder auf Sehr, sehr gut Und kommt hier keine Energie an Da geht's rein Da geht's rein Der lädt sich nicht auf Wieso zahlt er sich nicht auf? Habe ich den nicht freigegeben? Doch, habe ich eigentlich Hm Ich baue den mal erst noch wieder ab Da kommt immer noch keine Energie an Wieso nicht? Wo ist das Problem? Jetzt müsste der ja eigentlich laufen Handeln das Ding um Ah, jetzt läuft er Perfekt Ich finde es schön, wenn der Plan funktioniert Hashtag A-Team So, jetzt haben wir das gleich fertig Sehr nice Jetzt schmeißen wir Das und das da So 16 Stück So, wie wir wollten Was brauchen wir noch dafür? Zertus Quarz So So Also Einen können wir schon mal machen Ohne Probleme Aber dafür brauche ich auch ein bisschen mehr von dem anderen Stuff 10 Das sind Das müsste reichen Das sind 4 8 Das sollte reichen So Wir brauchen Zack Mach mal so Toll Mach da nicht Erstes mal Vier davon Perfekt Die kommen in die Mitte Da muss er gar nicht Vier Stück reinlegen Weil ich sowieso nur zwei Einmachen kann Und dann wird glaube ich Eisen ringsherum Zack Jo Perfekt Seinen ersten Beschleuniger haben wir So Jetzt haben wir wieder Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Drei Ich finde es so schön Wenn ein Plan aufgeht Oh fuck Nice 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 Ich zeige nur keine Kabel mehr Fuck 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 Kacke Ich brauche noch mehr davon Ist das euer ernst Nehmen wir mal Sechs Stück mit So Ihr könnt da wieder rein Was brauchen wir noch dafür Glowice So Und jetzt mal alle hierin Sechs Stück So 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 Jetzt haben wir hier unsere vier Kristalle Eins Zwei Drei Vier Eins Wieso kommt da kein Strom an Was soll das Ach ja Da müssen ja die anderen Leitungen ran Fuck Fuuuck Setz den mal da hin Jetzt geht aber langsam echt mein Vorrat zu Neige Das ist echt nicht so geil Na ja gut Das ME Sagt ME System Seige Hoffen wir mal Dass das mit dem Ender Query so funktioniert Wie ich mir das vorgestellt habe Dann sollte das nämlich kein Problem mehr sein Arbeiten wir schön mit Ender Chests Und dann geht das alles schon So Mach mal jetzt hier Komm Hacken jetzt Wann braucht denn der so lange Ey was ist denn das schon wieder Kann doch nicht sein Jetzt Perfekt So Zertusquats Zertusquats Geladener Zertusquats Es ist schon wieder dunkel draußen Sechs Oha Wird jetzt langsam echt so ein bisschen kritisch mit meinem ganzen Oh Mit meinem ganzen Stuff den ich so habe Da haben wir zwölf Stück Das können wir mitnehmen Ein drittel Level Den schmeißen wir dann jetzt auch schön ins System So Dann haben wir ja gleich alle so wie wir es brauchen Ich brauche Eins Zwei Drei Vier Das kann ich auch unten machen Da sitze ich denn etwas näher an der Quelle So Ich brauche eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Fuck Das wäre jetzt nicht so geil Gucken wir mal Machen wir erstmal die Sechs Ah toll Ich glaube ich muss gleich wieder ins Neta Farmen Oh 24 Das ist natürlich sehr sehr geil Alter Ach geht der nur von oben drauf Ah das wäre jetzt echt kacke Also Das hätte man sich jetzt auch ein bisschen besser überlegen können So Wir sind hier einfallsreich So Wir pumpen Eins Zwei Drei Oh ich liebe es wenn ein Plan funktioniert Nicht wirklich Der ist hoch angeschlossen Sehr sehr geil Jetzt kann ich da nämlich Wasser reinschmeißen Vorausgesetzt ich habe irgendwo in einem Mal rumfliegen Ich hatte doch so viele wo sind die alle hin Hier ist auch keiner Keiner Das ist ein Zwer Ich brauche ihn So Ah ich bin so ein Held an manchen Tagen wirklich Nice So jetzt haben wir das schon mal Kurzen Snack essen So meine beiden Hunde bleiben schön hier Jetzt brauche ich Me So um ein Me System zu bauen brauche ich diese netten Dinger Wirf ein Fluix Keim gemacht aus Fluix Staub und Sand in eine Pfütze Dafür brauche ich eine geladenen Tertus Quarz Ein Neter Quarz Und einmal das hier So Oh ne ich brauche zwei davon fällt mir gerade auf Ein nochmal davon Ein nochmal davon Ein nochmal davon Weil ich kriege glaube ich aus einem kriege ich zwei raus Los give it to me Nice Nice Das ist richtig dufter So Eins Zwo Drei Nämig Der vordere wirft irgendwie mehr Ertrag ab als der hintere Hm Ein Fall für Galileo Mystery So Und Sand war das andere Sand in eine Pfütze So vier davon Eins Zwo Drei Vier davon Das war eigentlich nicht der Plan Aber gut So acht Stück Hammer Normalerweise brauchen diese Teile Brauchen diese Teile Ich glaube fast sechs oder acht Stunden Mit dem Beschleuniger geht es halt wirklich relativ fix Im Vergleich zu acht Stunden sagen wir es mal so So wir können alles für unser ME System vorbereiten Wir brauchen Gravurplatten Hammer Ja die kommen hier oben rein Vermutig glaube ich hoffe ich Ja die kommen oben rein So Wir können mal mehr von diesen geilen Gravurplatten herstellen Jetzt weiß ich übrigens gerade auch warum mein ME System versagt hat Ach ME System sah ich hier Quatsch Mein 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 Wie heißt das Ding Warum mein Reaktor versagt hat Weil das ME System weiter gepumpt hat Er pumpt den Bass So Ich muss die eine Schmelze heben Ich brauche vier Stück davon Boah Leute dann haben wir gleich auch schon die Schaft Dann haben wir nämlich unser ME System So Rinder mit Nice Der Bred mit die Er ist der Prater So Wie lange brauchen die ungefähr 90 Yo nice Ich warte gerade bis die fertig sind Perfekt Perfekt Da ist lang So Wir brauchen einen Diamanten Hammer Zeig vielleicht Dinge runterzunehmen Mich Trottel Konstruktionsplatte Rinder mit Rinder mit Oh Da lag noch eine Logikplatte drin Das macht doch ja keinen Sinn Als ob das irgendwelche Logik ergeben würde So Ich habe meinen Arbeitsplatz ja eine sauber So Logikplatte Ich muss jetzt noch Beschleuniger einsetzen Dann geht das so Ratatatatatatatat So sind die schon fertig Jo Sind die schon fertig Nice Ja das ging doch mal schnell Drei, vier, zack, zack. So, jetzt müssen wir, haha, ein Kabelsystem bauen, damit der Reaktor, okay, war eine Lüge, wir brauchen kein Kabelsystem. Wir nehmen den hier ab, setzen den hier hin, nehmen Kabelser, die wir hier noch haben, zack, zack. Und führen die unterirdisch, das sieht, glaube ich, viel cooler aus. Leider wahrscheinlich unterirdisch nicht mehr sonderlich viel Platz, um da irgendwie was machen zu können. So, wir haben ja gesagt, wir setzen den Bums hier ein. Das ist die Frage, setzen wir den so ein, dass wir das alles sehen können, was wir da drinnen machen, oder? Oh, das wäre ideal hier. Also, das ist wirklich Opti. Weil, jetzt kann ich das hier lang bauen und weiß, dass ich hier schon ein Kabel liegen habe. Das ist ja natürlich richtig optimal. Das ist die Frage, setzen wir den nach hinten oder setzen wir das alles nach hier vorne? Erstmal bauen wir das hier noch alles ab. Wo ist denn die komische Schippe da? Zack, 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 zack. Ich glaube, ich setze das alles nach vorne. Aber, zack, jetzt komme ich hier nicht raus, ey. So, ja, dahinter ist, interessiert ja keine Sorge. Weder euch noch mich. Sehr gut. Ähm, wir setzen da jetzt die Logistikplatte drauf. Er kriegt Strom. Dann setzen wir hier gleich den Controller drauf. Dann können hier nämlich die ganzen anderen Einheiten hin. Und ich glaube, ich baue hier so eine optionale Einheit hin, damit man hier immer nach hinten gehen kann und hier alles machen kann. So, meine geliebten Freunde. Das war es aber auch vorerst mit dieser Folge. Wir haben ja dann doch endlich mal das geschafft, was wir schaffen wollten. Wenn ihr seid gefühlt, sechs Folgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Zeig ein Frosch im Hals. Ich war echt so nervös beim Lister. Ihr könnt gerne Abo-Kommis da auch immer da lassen. Ich sag mal so, reinhauen wir.